ja moin leute willkommen im neuen video mal gucken was heute so geht ja leute weiß man nicht mehr ein und aus dann holt man halt den spinner raus also in dem sinne spinner geht immer das auch schon wieder ab auch gut fisch mal gespannt was das ist kann nur ein kleiner barf und der töler ist schon ab so 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 ein kleiner feiner hecht so 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 so